Naja, wir haben sie doch umschauen. So... Oh! Äh, was? Ah, toll! Da will ich nicht hin! Dann doch! Durch den Luftschacht! So, letztlich du hast Konkurrenz! Hm, hm? Hm, dann halt ihr lang! Du-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du! Oh, hi! Oh, ähm, falscher Skill. Hihi! Ich weiß, ich habe eine umwerfende Wirkung auf einige Leute. Na komm, nehmen wir auf die Verwirrung. Sicher, sicher. Man weiß ja nie. Was? Oh, wie? Mhm, mhm. Mhm. Also gut, kann ich eigentlich nur runterklettern? Oder sehe ich das falsch? hier gibt es keine treppe konstruieren so okay wasser ihr seid ihr hättet ruhig mal ein bisschen aufräumen können oder nicht nein da kann ich nichts dazu das ist ja schon doof also das ist die treppe deshalb und das ist schon okay so kann uns eben doch schön packen andererseits schmeißen wir ihn doch lieber mal in irgendeine ecke naja das hat jetzt nicht ganz so funktioniert wie ich das geplant hatte ich wollte eigentlich dass man den da nicht so wirklich gut sieht war da nicht eben einer da ist das hat schon rechtzeitig auch keine sorge siehst du jetzt bist du tot jetzt hat es auch gehört auch bringt mir das irgendwas wenn ich im sicherungskasten umspiele ein labortermin lobotermietermin lobotermietermin tatsache nicht labor lobotermietermin also hirn wegschneiden ganz große klasse das finde ich so nicht gut leute da habe ich ernsthafte bedenken dass ich euch sex rach oder sonst was einfach mal umbringen doch so viele und und oh hey du bleib stehen das was der soll tot sein na toll und wen befrage ich jetzt hier so ein dreck ja von wegen alarmschalter drücken ihr habt sie immer alle ich drücke hier keine alarmschalter lesen wen haben wir denn hier patienten taten psychologische erregungszustände antispaßmodelle und stimmungsaufälle um akute aggressionen in den griff zu bekommen 20 mg zäpfchen zur gewalt verabreichung hm nein ich sage nicht was mit einigen sind kommt den wollte ich jetzt so war das nicht geplant nein 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 ist hier nicht ist unser hier nein da kann ich mich ja eben verstecken zack gut der arzt lebt noch ich wollte ihm vielleicht mal eine fragestellbilder spielen die mich verlässt ja ja komm mach die tür nicht auf mach die tür nicht auf ganz genau ganz genau nein keine sorge ich bin nicht hier man seid ihr clever ja geht ihr ruhig alle wieder obwohl vielleicht kann ich mich so besser dran schleichen hm 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 da ist noch einer da warten wir noch einen moment geht der überhaupt weg sieht nicht so aus dem dreck äh 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 ah ja ach ja ich mag im Moment wahren wenn ich das wieder kann so jetzt gilt auch nicht mal das Ziel sehr schön hm hm hmm das macht dann hm hm Was haben wir denn hier? Patient Jakobs, extremer Gutanfälle, zeigt klinische Verbesserungen nach Arznei-Therapie mit Zeug, äh, 0,2 Milligramm. Zweimal täglich Oralverabreichen, 0,2 Milligramm ist aber nicht grad viel. So, genau. Nein. Nein, mit Heilung kann ich den nicht enttäuschen. Leider. Aber wir versuchen heute. Zu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu-bidu. Gut. Zu-bidu-bidu-bidu-bidu. Keiner da? Nein, keiner da. Sehr gut. Hm? Jetzt ist da unten ein Arzt. So ein Weg. Achso, äh, mh, 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 Etage darunter, genau. Richtig. Nachdenken, naaaachdenken. Oh, fuck. Geh, geh, geh. Geh mit Gott, aber geh! Is anyone there? Send security. Security team is storming for you to meet us. Hm, hm. Ich bin nicht da. Sicherheitsteams, report back to control. Nein, den will ich nicht anzielen, den anderen hätte ich gern. Hallo? Ist jemand da? Ich bin nicht da. Kannst du knicken. Hi. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Sicherheitsteams, report back to control. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Entschuldigung. Du lebst ja immer noch. Ach, nicht schon wieder. So. Da war ja was richtig. Ich bin nicht da. Na, du hast mich auch nicht gesehen. Ich bin getraten. Wie? Wie das jetzt? Föder halt nicht. Ja. Wir fangen übrigens an langsam ein bisschen zu nerven. Wisst ihr das? Ich mein, ist ja schön, dass ihr hier nichts machen könnt, wenn ihr so unterm Bett liegt. Aber trotz allem. Wir fangen zu nerven. In so einem geringen Maße. Oh, ihr habt abgelernt eure Waffen zu benutzen. Das find ich nicht gut. Hm, das find ich total nicht gut. Oh, fuck. Wir haben ein Problem hier. Hey! Lass mich hier durch. hier ich sollte mich recht ein bisschen heilen dann sollte ich vielleicht ein bisschen weiter flüchten hm hhm hhm helfen wir uns hier verstecken ist auch mal schön ja ganz reichorar schlank mich in luft drauf gelöst Security Teams berichtet zurück zum владentCT Okay, soweit noch kein Thema.